hallo ich grüße euch zum teil 37 wir wollen heute eine neue reihe anfangen und zwar wie gründet man eine wahlkommission um die gemeinden zu reaktivieren und dazu müsste ich erst mal ausholen wozu brauchen wir denn die viele haben sich ja schon gefragt warum sie bei wahleinsprüchen oder bei wie wir es auch gemacht haben das melderegister beanstandet haben weil die deutsche stanzangehörigkeit von niemand besessen werden kann auch nicht durch den gelben scheinen kann man sie auch nicht enthalten ja man kann man kriegt etwas anderes dann wirklich geliefert als das was man bestellt hat man kriegt also eine staatsangehörigkeit also nationalsozialismus die auch niemand haben kann und die staatsangehörigkeit die uns zusteht die bundesstaatenangehörigkeit die bekommen bekommen wir nicht weil dann die bundesrepublik überhaupt nicht mehr für uns zuständig wäre weder uns strafzettel noch irgendwelche verwaltungsbescheide schicken dürfte weil wir dann einfach exterritorial werden und diese freiheit die uns zusteht auch da ja es keine echte wiedervereinigung gegeben hat sondern im prinzip sich nur die verwaltungskonstrukte vereinigt haben was so viel bedeutung hat wir sind in china ist der kreisumfeld eine staatsvereinigung hat es nie gegeben weil der staat ja nie geteilt war der staat selber ist in den ganzen 14 deponiert konkret sind es die grenzen vom 28 10 1918 weil an diesem tag der kaiser weggeputscht worden ist und zwar durch die weimarer publik und die wurde auch nicht richtig gegründet sondern das war eine zirkus veranstaltung außerhalb vom reichstag ohne protokoll ohne ordentliche staatsgründung und die die soldaten und arbeiterräte die also da gegen den kaiser geputscht haben die haben einfach ein ja eine art terrorismus gegen den staat betrieben was heute überall verteufelt wird darauf gründet sich die bundesrepublik und das ist bis heute fortgesetzt worden und da ist der nationalsozialismus nur eine zwischenstation gewesen heute werden 17 gesetze des nationalsozialismus in im bundesdeutschen gesetzgebung fortgesetzt und da wird auch nicht drüber geredet so ein kampf gegen rechts gemacht aber die ganze nationalsozialistische gesetzgebung wird fortgeführt und das fängt beim einkommensteuergesetz an geht weiter über die abgabenordnung bis zur schornsteinfäger ordnung bis zur urweg wenn man so will das sind alles fortsetzungen des nationalsozialistischen gedankenguts wenn man so will ist es faschismus im sinne der mussolini definition also wenn also eine direkte verknüpfung zwischen wirtschaft und politik besteht spricht man von faschismus hat also nichts mit headler zu tun was eine entscheidung eine erscheinung die es bereits im altertum gab also dort wo starke wirtschaftliche interessen die politik beeinflusst haben einfach weil steuergeld von hinten hinten nicht gereicht hat und das ist im prinzip seit dem römischen seit der römischen dekadenz ist das so eine erscheinung die immer wieder mal in der weltgeschichte auftritt und momentan die frage die regierung merkel befällt und in große probleme bringt aber das immer dann wenn also steuergelder verschwendet werden wenn die öffentliche meinung manipuliert wird dann ist es ein deutliches kennzeichen dass es nicht mehr lange geht und die invasoren strebe die also hier nach deutschland rein streben die zwingen also die regierungen zum aufgeben früher oder später werden wird es also zu ernsten auseinandersetzungen kommen nicht nur in der größenordnung wie wir es im kölner hauptbahnhof gesehen haben sondern es wird flächendeckend und in einer wesentlich schlimmeren ort passieren so und damit diese entwicklung nicht um sich greift müssen wir als 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 kleine leute müssen wir sagen uns organisieren und unseren willen gemäß des grundgesetzes im umsetzen wir wissen natürlich dass grundgesetz nur die bundesregierung betrifft weil es für das land und für uns nie in kraft drehen konnte der hw artikel 43 ist beschrieben dass das landesrecht gilt und zwar gilt es immer dann wenn die kampfhandlungen eingestellt sind deutschland sind die kampfhandlungen 1955 eingestellt wurden also bis dann 69 tage danach eine verfassungswahl stattgefunden haben und wenn wir eine verfassungswahl gemacht hätten würden wir heute nicht in einem uns mit einer regierung merkel und völlig unfähigen politiker herum erwerben müssen sondern wir hätten einen verwalter der das kaiserreich verwaltet man nennt diese verwaltungsfunktion verweser und dieser verweser wäre berechtigt gesetze auszufertigen und zu unterschreiben alle anderen dürfen es nicht so haben wir natürlich jetzt zurzeit kein geweser also nach dem sturz des kaisers noch nicht wieder einen verweser gewählt denn zufolge gibt es keine änderung in dem staatlichen recht also alle gesetze die angeblich von der bundesrepublik in umlauf gebracht haben sind eigentlich nur künstlerische umdeutung des kaiserlichen rechts aber sind keine staatlichen gesetze sondern sind firmen vorschriften firmen normen die den leuten als gesetze oder gesetzliche änderung verkauft haben das ist das was was hier passiert gesetze darf nur der verweser machen und damit wir damit überhaupt eine gesetzesänderung passieren kann und an vielen stellen ist auch nötig müsste zunächst erst mal ein verweser gewählt werden so fragt man sich warum kümmert sich dann die regierung nicht um die heilung des verfassungsnotstands und setzen keine verfassungswahlen ein ja das hat einfach den hintergrund dass in die starken industrieverbände verbände der industrielle militärische komplex kein interesse daran hat dass das volk eine ordreterrepublik oder eine selbstbestimmung oder eine basisdemokratie entwickelt weil dann wäre die finanzierung und die hohen gewinne in den internationalen kriegen einfach nicht möglich würden also eine friedliche zeit hinüber wechseln man könnte das sogar kleidend machen ohne dass es im dritten weltkrieg kommt aber daran hat der industrielle militärische komplex einfach kein interesse das problem was wir also haben und was nicht nur wir haben sondern auch andere staaten auch die usa hat ist seit 1929 dort kam es zu einer ernsten auseinandersetzung als ich will mal sagen die damalige prohibition sozusagen von der polizei verfolgt wurde und die üblichen spielarten des organisierten verbrechens also prostitution und alkohol schmuggel und glücksspiel und so weiter in letztlich in verhaftung von 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 den ganzen bossen geführt hat und da hat er irgendwann markierender interesse und dann hat man also dort in den usa polizei bedienstete bestochen die also dann immer dann wenn die mobster um die ecke kamen im weg geguckt haben und ein typischer fall ist das so genannte laus von newark das ist ein stadtteil in usa und dort war ein so ein polizist der an der bestochen wurde da ist dann auch aufgeflogen aber es ist nur einer gewesen und es gab eine riesengroße menge davon so und irgendwann hat man gesagt die ganzen verhaftung und so die gehen in den mafiabossen irgendwann auf den zeiger und dann haben sie sich also mit der regierung verabschied abgesprochen dass sie eben in das management der regierung wechseln und dass die strukturen des organisierten verbrechens über die freimauerei sozusagen in die leitungsfunktion des staates übergewechselt sind und seitdem besteht sozusagen eine staatsreligion der freimauerei in den usa und auch in deutschland das ist im prinzip der 29ste der wallendienst da sozusagen die gründung der 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 mafia in der regierung das ist in italien so das ist in deutschland so das ist in usa so und in zwar auch zu zeiten der sowjetunion in russland so und durch den wirtschaftlichen niedergang der sowjetunion ist es dort aufgebrochen wir haben also dort eine föderation wo versucht wurde den eingang den einfluss des organisierten verbrechens zu unterbinden und in deutschland ist das nicht gelungen weil die leute sich einfach nicht wehren und momentan sind wir da dran dass gesetze offen weg gebracht wurden beziehungsweise auch beschlossen worden von der bundesregierung um den leuten das eigentum zu stellen also dann besitzt an grund und boden das wird also spätestens 2000 2017 passieren also 100 jahre nach der letzten eintrag in der mutterrolle des katasters was zurzeit in kraka unter verschluss ist damit in der bundesregierung keiner drin rummalen kann und der originale eigentum noch festgestellt werden kann dann der entzug sämtlicher bürgerliche rechte dass überhaupt vor keinem gericht mehr recht kriegst in gewissen teil haben wir ja in der bundesrepublik schon dass es kriminelle strukturen gibt die also nicht mal offiziellen wahl betrug weil die staatsangehörigkeit oder auch der geburtsnahme manipuliert wurde um also die die deutsche herkunft zu bestreiten da kriegen die also irgendwas eingetragen kriegen ein personalstatut verpasst wo sie weder mit einverstanden war dann wird die unterschrift mit dem elektronischen pet gestohlen und damit abtretungs urkunden für die von das eigentum für das auto und für die für die staatsangehörigkeit und bürgerinnen rechte erzeugt und das führt zu ihrem unrechtssystem dem faschistischen urgenrechtssystem im sinne von missolinis definition des faschismus also in zusammenwirken und politik und wirtschaft so dass also ein richtiger dicker filz entsteht der gegen das volk gerichtet ist und die situation haben wir jetzt und wir können uns aus dieser situation nur befreien indem wir wieder einen verweser wählen der sagt nein deutschland gehört nicht zu dem internationalen verbrechen sondern wir wollen eine friedliche neutrale gemeinschaft sein mit österreich und schweiz und wir wollen dieses organisierte verbrechen nicht und die sich eben an die spielregeln des guten gemeinschaftlichen zusammenstehen nicht halten wollen müssen mit den mit den gesetzen und mit den mit den ordnungshütern im konflikt geraten und dann werden dann entsprechende richter vom volk direkt gewählt die sich um diese leute dann kümmern wie es immer noch nicht eingesehen haben wie ein friedliches und wirtschaftlich sinnvolles zusammenleben funktioniert und damit wir dahin kommen müssen wir sozusagen eine verbesserwahl im sinne des kaiserlichen wahlrechts überhaupt erst mal organisieren so dazu fehlt es dass den leuten noch selbst die wach sind und die von sich behaupten sie sind keine schlaubschraube erst mal die situation verstehen wir haben ja nun seit ungefähr ein jahr oder reichlich ein jahr die begida bewegung kennt ihr alle überholen diese also demonstrieren gegen also zu viele illegale einwanderer und die ganzen sachen aber das sind nur symptome die eigentlichen ursache haben sie alle nicht erkannt und vor allen dingen laufen sie einem auch noch mit schwarz-rot-gold rum und diese schwarz-rot-gold flagge gibt es im prinzip seit dem putsch gegen den kaiser und wenn man also mit der flagge des unrechts gegen das unrecht demonstriert zeigt man eigentlich dass man das das problem und die ursache dieser ganz schwierigkeiten überhaupt nicht verstanden hat der staat der für uns und unsere sicherheit und unser wohlstand aufkommen würde das ist nur der bundesstaat die anderen sind für uns nicht zuständig die die rauben uns eigentlich die nach hlko zuständig alimentierung das heißt im in der höhe des sollst des einfachen soldaten so und da gibt es die besoldungsordnung der bundeswehr und einfachen soldat hat da eben dort einen gewissen soll zu bekommen und das hat auch jeder der nicht in der lage ist aufgrund von politischer verfolgung durch bewaffneten raubüberfall dass sie ihm alles weggenommen haben sich eine arbeit zu schaffen oder 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 auch einen gewissen wohlstand sich zu schaffen bei ihm alles weggenommen wird weil er politisch entrechtet ist und weil er ständig mit scheingerichtsbarkeit und illegalen ja beschlüssen überhäuft wird und sozusagen überhaupt kein kein seinen rechten angemäßes leben führen kann das betrifft derzeit ein drittel der bevölkerung die auf diese art und weise entrechtet wurden so die meisten wissen gar nicht dass ihr auto schon nicht mehr gehört bei in ihrer zulassung steht ja drinnen die der inhaber der zulassung wird nicht als eigentümer ausgewiesen also c4c da denkt keiner drüber nach und wenn sie nämlich mal genau nachgucken haben sie für ihren ihren haus und ihren grund und boden auch keinen auszug aus dem kataster sie haben ein grundbuch aus so der grundbuch das grundbuch auszug sagt aber nur dass derzeitige besitzer des eigentums bist aber nicht der eigentümer eigentümer ist immer der 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 in der mutterrolle von 1918 eingetragen ist der da drin steht ist immer noch der eigentümer egal was du verkaufsverteile von dem grundstück abgeschlossen hat es ist einfach nur diebesgut hellerware in dem im prinzip nutzungsrecht auf das grundstück von einer generation in die andere mit gewinnen und mit bodenerhebungszahlen da irgendwie hin und her geschoben worden ist aber es ist alles hochkriminell weil nur der staat der amtmann darf im prinzip diese bodenrechte übertragen so dann müsst ihr euch vorstellen der amtmann war derjenige der wirklich verwaltungsakte machen konnte und der auch beschlüsse unterschreiben durfte auch richter waren im prinzip amtmänner die in der justiz gedient haben und der richter hat dann auch wirklich ein vor und zunahme unterschrieben und hat auch richtig gesiegelt nach der siegelordnung so und da kommen wir nämlich gleich zur ersten aufgabe wenn wir eine wahlkommission gründen wollen und das dürfen wir und das sind wir auch im staatlichen recht müssen wir zunächst erstmal die anzahl der wahlberechtigten bestimmen und zwar die die im wahlkreis des bundesstaates wahlberechtigt sind und das sind alle männlichen wustags staatsangehörige und zwar nicht die die den gelben schein haben die sind genau nicht wahlberechtigt weil die nämlich zu den budgisten gerechnet werden zur weimarer republik sondern die die ohne gelben schein über die wahlbenachrichtigung so wie wir es dann auch gesagt haben sich die bundesstaatangehörigkeit dadurch gesichert haben dass sie den wunsch gegenüber der bundesregierung geäußert haben dass sie die die bundesstaatenangehörigkeit zurückhaben wollen und jetzt kommt im prinzip der eingeblendete link mal zum einsatz htdb dhnw also deutsches notstandshilfswerk.net schrägstrich index.php zeichnet titel musterschreiben und hier an dieser stelle findet ihr im laufe der nächsten woche die musterschreiben wie ihr an eure bundesstaatangehörigkeit rankommen und zwar müsst ihr erstmal eine die verwaltung der brd entsprechend wehren und ihr müsst euch dann wieder wählen wieder wehren und zusammentun und eine wahlkommission gründen damit ihr endlich in die bundesstaatangehörigkeit hinein kommt so und die einzige organisation die das könnte wäre eine wahlkommission weil die bundesverwaltung beziehungsweise die gemeindeverwaltung und das melderegister sind und wir hatten die berechtigt eine einbürgerung in den staat zu machen weil sie nur eine verwaltung der alle irgen sind die die weimarer publik verwalten aber die weimarer publik ist ja nicht der staat so die erste staatliche institution ist also die wahlkommission und die ist der verweserwahl vorgelagert weil zunächst muss bestimmt werden wie viel wahlberechtigte habe ich im wahlbezog und dazu muss rauszukriegen sein welches siegel galt in dem wahlgebiet am 28 10 1918 und da gibt es ein sogenanntes siegelbuch und dieses siegelbuch schon mal sehen ob ich es hier zeigen kann da sind also alle siegel gelistet die es der reihe nach im laufe von einigen vielen jahren gab ich gucke mal ob ich euch eins zeigen kann wie das aussieht moment das mal hier blattern da sind also über die vielen jahre immer wieder gelistet wie die siegel sich im laufe der zeit geändert haben und da gibt es für jeden kreis oder jeden naja sagen wir mal ich habe mal hier für die gemeinde pösneck schieb es mal euch rüber auf den bildschirm wenn wir das hier sehen das ist ein weißes siegelbuch und da seht ihr dass hier dieses siegel hier unten das ist das von 1917 das wäre ein gültiges siegel was auf ein staatliches dokument gehört um euch die stadtangehörigkeit zu bestätigen nur dieses siegel die anderen sind alle davor und das andere was jetzt später käme wäre nicht das richtige ich zeige es euch nochmal für die stadt ranis da gibt es das gleiche da seht ihr das auch nochmal moment ich schieb es mal rüber ja das ist für die stadt ranis da seht ihr auch dass die siegel im laufe der zeit verschiedenes aussehen hatten und genau dieses siegel das letzte wurde der nächsten änderung hier habt ihr das siegel von 1925 das ist also schon beim aber blick das ist das letzte staatliche siegel und wenn die stadt ranis auf irgendeinem dokument ein anderes als dieses siegel verwendet wisst ihr dass das dokument nicht staatlich ist so und diese siegel die gibt es für jede gemeinde jede stadt kann man im stadtarchiv sich auf fragen habt das recht dazu diese diese siegelkarten zu bekommen die müssen sie euch geben damit ihr kontrollieren können ob das was sie euch schicken überhaupt staatlich ist oder ob es ein betrug ist so und nur anhand dieser darstellung könnt ihr erkennen wenn ein symbol auch nur geringfügig abweicht und sei es durch verdrehen ihr seht ja dass die siegel hier alle senkrecht stehen so wenn das jetzt verdreht wird ist es wie ein anderes siegel also wenn auf dem kopf stehender stand ist nun mal ein anderer stand als der aufrecht steht und auch ein feil da senkrecht ist es ein anderes symbol als ein feil da waagerecht steht so deswegen darf man siegel nicht verdrehen das ist immer siegelbruch und ihr werdet auf kein ordentlichen also ordentliche dokumente gibt es ja gar nicht sehen dass die siegel der bundesrepublik senkrecht stehen sondern die sind alle verdreht und das machen die absichtlich so die machen damit siegelbruch indem die ein siegel erzeugen was überhaupt kein gültiges siegel ist die müssen alle so so dastehen wie sie hier auf dem platz zu sehen sind so gut ich denke mal ihr habt das begriffen also ist eure aufgabe für die nächste woche beschafft euch für euren wahlkreis aus dem stadtarchiv das siegel siegel was am 28 10 1918 bestanden hat und mit diesem siegel fangt ihr an so ihr macht euch also von diesem siegel eine eine möglichst genaue kopie und findet jemanden der euch das siegel macht und außen um das siegel rum macht ihr die schrift staatliche wahlkommission und schreibt dann rein nötstandsrecht 1914 in kleinen lettern so dass man oder so das muss irgendwie rein schon so und dieses siegel nur dieses siegel dürft ihr dann verwenden um dokumente der rüstags staatsangehörigkeit zu siegeln denn ihr handelt im nötstandsrecht des kaisers damit ihr dürft das verwenden und ihr dürft nur das verwenden kein wenigeres und kein späteres ihr müsst also genau den zeitrahmen treffen von 1918 ich denke mal ihr habt es jetzt verstanden und die entsprechenden musterbriefe und beispiele die werden wir dann hier an der adresse eingeblendet dann auch noch mal mit beispielen belegen ich denke mal ich lade das jetzt hoch denn wir haben ja heute noch ein ereignis vor wir haben ja wieder eine woche rum wo abverkauf der staatsanleihen ist und das möchte ich dann gerne 23 uhr noch machen und dazu müsste ich ein bisschen umbauen und mich entsprechend vorbereiten ich schalte euch das video noch hoch dass ihr das noch zur verfügung habt und verabschiede mich erstmal bis mittwoch oder donnerstag wo ich dann die sache mit den siegeln und den wie man dann die wahlkommission zusammenstellen noch einmal genauer bringen werde richtet euch mal darauf ein dass wir uns in drei wochen mal in thüringen und mal in sachsen treffen um die arbeitsmaterialien für die gründung der wahlkommission auf den weg zu bringen und bitte organisiert fahrgemeinschaften vom norden runter ich habe also schon zwei drei adressen auch aus meckpom dass also leute die daran interessiert sind dass das endlich mal aufhört diese diese bevormundung und diese dass man das volk überhaupt nicht mehr fragt was es denn will sondern einfach macht und ihr millionen von 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 kriminellen leuten ins land holt dass es aufhört und das ist das ziel dass wir wieder staatliche strukturen in deutschland herstellen wollen und ob die bundesrepublik dann was dagegen machen will oder nicht das ist denn ihr problem wir haben das recht eine staatliche struktur zu fördern und so auf den weg zu bringen so irgendwann wird es ein verweser geben und der verweser ist der einzige der gesetze erlassen darf und der auch den bundestag und die regierung entlassen darf und dazu hat er auch von den alliierten die legitimation weil die warten ja drauf dass wir es endlich mal machen weil die sind auch genervt weil wenn man auch die stimmen aus den USA hört die sind also auch mit der regierung merkel überhaupt nicht zufrieden die amerikanische wirtschaft leitet unter der momentanen situation auch so wie wir aber die können auch nicht raus weil sie eben kredite aus der city erplanten haben und solange wir in der eu drin sind und an dem gängelband hängen wird auch die ganze europäische union darunter leiden und das sind nicht nur deutschland und frankreich polen hat ja auch teile des kaiserreichs die unter selbstverwaltung gehören und die auch eine ordentliche währung schon lange haben können dass die polen müssen sich bewegen ich werde nicht nach polen fahren und die dort anleiten ich werde ein video machen dann muss man halt den deutschen text als untertitel machen und das in polnische sprache übersetzen und dann können die polen das in ihren gebieten auch tun zu uns laufen und ich werde auch nicht nach mcpon fahren also thüringen und sachsen ist das was ich betreue und dann müsst ihr eben sehen dass wir mit vorgemeinschaften herunterkommen wir werden also auf jeden fall einen veranstaltungsort in sachsen machen und veranstaltungsort in thüringen das haben wir absichern und die aus hessen und kölner ecke die müssen dann ein bisschen in die nähe fahren so nützt die fixbörse dazu nützt bla bla car was gibt es noch alles und die privaten kontaktinfos sammelt euch an zentralen stellen hamster verkreuz was gibt es noch berliner ring was auch immer kann man sich also dann zu einer fahrgemeinschaft zusammentun nutzt auch die fahrtmöglichkeiten die deutsche bahn am wochenende bietet also so ein gruppenfahrten zu fünf personen und dann ist das alles auch bezahlbar und sammelt vielleicht auch ein bisschen geld ein damit die jenigen leute die euch die arbeitsanleitung zusammenstellen und die kurse besuchen und gleich dann auch mal eine übernachtung brauchen eine alles aus der privaten tasche bezahlen müssen so alles was wir machen werden wir über das dhnb punkt net organisieren das ist reiner unpolitischer unkirchlicher also rein bürgerrechtliche veranstaltung da sind zwar auch christen und parteigänger und und vereinsleute und parteilose dabei aber bitte alle ohne ohne politik und vereinsmeierei das deutsche notstandshilfeat will nur die not abhelfen sondern da geht es nur um praktische arbeit so ich denke mal hat das verstanden ansonsten wer mitarbeiten will kann auch schreibrechte im wiki bekommen das ist auch kein problem allerdings werde ich mir vorbehalten mit den leuten auch persönlich vorneweg noch mal zu reden weil ich habe mit vereinsmeierei und mit ich bestimme alles was ja gemacht wird schon entsprechende erfahrungen machen müssen unangenehme und die hätte ich gerne vermieden weil wir haben nur ein versuch wir haben noch nicht ewig zeit wird mir haben spätestens bis zum 28 10 2017 zeit danach laufen die bodenrechte alles und davor muss man verweser gewählt haben sonst ist es vorbei also macht euch gedanken macht euch gedanken mit welchen fahnen zur demo läuft und macht euch gedanken dass er wirklich wollt und zeigt eine klare linie und hört offen mit diesen reichskanzlern und mit diesen verfassungsgebenden versammlungszeug weil es führt nicht zum ziel der weg ist die verweserwahl und nur die verweserwahl und der 28 10. 1918 0 uhr ist der stich da alles was danach ist es war mal ein blick alles was da vormacht vor ist ist staatlich eine ganz einfache sache es hat keinen sinn bis zu den lützungen zurückzugehen weil das waren gute leute und so weiter wir müssen an dem tag ansetzen und müssen von dem tag aus unsere zukunft neu gestalten das muss man verstanden haben und dann muss man sich mit allen anderen müll nicht mehr befassen das ist der zeitpunkt der auf den friedensvertrag zurückgesetzt wird dass es in deutschland nur halt 100 jahre zurückgesetzt wird es ist unser verschulden weil auch die generationen unserer väter und großväter sich eben nicht darum gekümmert haben dass ihre kinder eine glückliche zukunft haben das war dann einfach egal die wollten ihr haus haben die wollten ihr auto haben die wollten ihren urlaub haben die wollten ihre ruhe haben und die wollten mit politik überhaupt nichts zu tun haben und das ist nun mal so passiert und jetzt haben wir aber problem dass unsere währung war sie auf dem scheiterhafen liegt und nur noch jemand darauf wartet dass das feuerzeug ran hält das feuerzeug sind im prinzip die zinsen die steigen jetzt man hat also schon die erste zinserhöhung gemacht wird nicht die letzte sein und wenn man das zinsniveau an anhält dann wird man merken dass die leute die also der warten sitzen irgendwann mal das zeug wirklich geliefert haben wollen und genau bei der lieferung fällt dieses geldsystem um und dann sollten wir ein verweser haben dass auch leute wir wollen nie im euro mitglieden wollen in der nato mitglied wir waren nie in der eu mitglied wir waren immer schon kaiserreich muss keiner hat es gewusst und in diesem sinne verabschiedet euch in der nächste woche ich denke mal mittwoch donnerstag wird es das nächste video geben tschüss